Das ist jetzt mein neues Intro So oder so ähnlich hätte ein Intro im Video dieses YouTubers sein können Knuspertoast Einer der beliebtesten Komm in die, komm in die Commentary Gruppe YouTube Channels, der, wie viele wissen, auf einmal alles privat gestellt hat Er ist einfach gone from Internet Begründung 100% ernst, kein Sarkasmus Er ist dem Christentum beigetreten, hat dann alle Videos runtergenommen, um die Videos auszusortieren Die von den Jokes jetzt zu weit gingen oder sinnlos beleidigt haben Ist viel Arbeit, wie es aussieht Oder jeder Joke war offensive Aber das soll nicht der Grund für die Pause sein, sondern ein anderer Davon muss ich etwas ausholen, deswegen bleib dran Wir haben unsere Aufmerksamkeit sparen an das Goldfisch Er war einer der Creator Wenn du Fan warst, du hast dir ja alles angeschaut Ganz egal vom Thema, du wusstest einfach Es wird witzig, Facts But no pressure though, Knuspy Meine Erwartungen sind nur Hier Und solche Channels gibt es vielleicht im englischen Bereich, die so einen ähnlichen Style haben Aber im deutschen Bereich ist das komplette Mangelware Wir gehen rein in das Video Und zwar, was ich mir auf jeden Fall noch anschauen wollte Das, äh, das Video, äh, von Activo Cerrone Let's go, ich bin gespannt So, jalla Oh mein Gott Oh mein Gott Wuhu Warum sieht er so gut? YouTube ist so langweilig geworden Gibt es gar nichts mehr zu gucken Echt? Krass, wundert mich Ich benutze YouTube derzeit mega viel auf dem Handy Aber Cluspartos war einer dieser Kanäle Der sehr viel Originalität reingebracht hat Ja, er hat das Game gesteppt Ja, cool Im Gegensatz zu ein paar anderen Kanälen Mega Und das spiegelt es sich auch in den Views wieder Jedes Video immer ohne Probleme sechsstellige Aufrufe Doch er war nicht der aktivste Creator Trotz solcher Erfolge Wo man sich eigentlich denken würde Das motiviert doch Denn jeder, der mit YouTube oder sonst was anfängt Am Anfang wünscht man sich nichts mehr, als dass man gesehen wird Ja, dass die Leute dann Stuff Sehen und fühlen und feiern Und, äh, sagen Ey, geil Mach weiter so Das Video ist bereits so witzig im Schnitt Ich liebe es jetzt schon so hart Junge, so nice, alle Pff Ja, schon irgendwie cringe das Video Und alles eigentlich Mache mich hier zum Affen Und steck da so viel Zeit rein Und schau doch eh keiner, ey So heute lieber wieder zum Monte in den Chat gehen Monte Verpiss dich, du Hurs Und hab ich rechte Ja, schon irgendwie cringe Ist wohl nicht genug Anreiz Vor allem, weil man sich irgendwann schon an diese Zahlen gewöhnen kann Oder tut Und Problem Gerade wenn du jetzt nicht irgendwie Daily Uploads machst Und wo die Videos halt immer relativ gleich sind von der Qualität Du hast Leistungsdruck Du willst performen Ja, man kann Fan sein und dich feiern Aber so loyal sind wir dann leider doch nicht immer Und dann ein Video droppen, was einmal schlecht performt Und vielleicht auch gar nicht mal so witzig war Nachdem so viele davor gut waren Uuuuh, Digga, Hype auch vorbei, oder? Damals warst du besser Aber nur meine Meinung Mach was du denkst Das ist richtig scheiße Und ich hab dir das extra Aber alles gut, Diggi Wollte nur, dass du das mal weißt I'm very sorry And I apologize For not giving a fuck Aber tut trotzdem weh Und macht es auch umso schlimmer Wenn das letzte Video schon Jahre her ist Und du dann dein Comeback-Video hochlehnst Oh, Junge, Clusper hat nach x Jahren endlich ein neues Video hochgeladen Bin gespannt, wofür er so lange ein Video gebraucht hat Nein, Digga, nicht in die Nase fahrende Hase-Phase Alter, mein Flow ist einfach so weit raus Im Vergleich zu den ganzen anderen Deutschrapper Oh, Mann, Clus, wie du bist so witzig Bei so viel editing kein Wunder, dass du so lange Pause hattest Geile Videos brauchen einfach Zeit Kann ich dir ein Video von mir schicken, wo du Fragen von Zuschauern beantwortest? Mann, mach mal endlich wieder Videos, Diggi Richtig und richtig Was würde mein Idol noch immer sagen? Ah ja, das war meine Frage, danke Wo ist aus hier? Ich bedanke mich für deine Frage Immer wieder wurde es zu Meme, dass er so wenig hochlädt Und das steht sogar auf seiner Fandom-Wiki-Seite-Page Eigentlich stehen dort alle wichtigen Infos Art der Videos Seinen Genre hat er selber in einem seiner Videos erklärt Er sagt, er sei weder ein Let's Player noch ein Comedy-YouTuber Ah, danke, Mann Jetzt weiß ich Bescheid, wo ich ihn einordnen kann Und fairerweise muss man sagen Wenn du so Comedy-Videos machst, wo auch so viel Editing drin ist und so, ja Dann ist es schwierig, regelmäßig abzulohnen Abzulohnen Hochzulohnen Besonders wenn du alles alleine machst Das Skript ausdecken mit allen Jokes Und am besten halt noch wirklich neue Jokes reinbringen Das aufnehmen, was vergleichsweise schnell geht Aber scheinbar hat er auch knuspertos damit Probleme Je, ich muss eine Tourette aufnehmen Digga, was riecht ich hier so nach Feuer? Mit dem Lammbeuten, die Nasen der fahrende Hose, ja Und dann noch die etlichen Stunden im Schnitt Ein kreativer Burnout ist da nicht selten Wie viele Creator haben irgendwann ihren Hauptkanal fallen gelassen Zumindest zeitweise, um einen einfacheren Weg zu gehen Ne, so Content zu produzieren, so am Fließband Sei es Zweitkanäle Oder Streams und davon Highlights-Kanäle Leistungsdruck und kreativer Burnout sind ja bereits belastend Dann folgen scheinbare Geldprobleme Und hier muss man ehrlicherweise sagen Scheinbar ist Geld nicht der Hauptdrive für ihn Weil sonst findet man schon mehr Wege, um Einkommen zu generieren Also, weil besser, weil schlechter, würde ich sagen, ja Merch-Idee ist quasi von selbst gemacht Oh mein, das Video ist so witzig Aber was noch mehr den Kopf fricken kann Der ganze Bürokratie-Shit in Deutschland und Und keiner, der einen wirklich aufklärt Schule? Good one Immer heißt es nur Oh, du hast eine kleine Sache vergessen? Einen Euro zu wenig an das Finanzamt überwiesen? Willkommen im Gefängnis, du kleiner Huren! Und Kluspartos scheint mir so ein Chiller zu sein Und weniger so der ordentliche Und wenn sich das so anhäuft So, ne, nicht gut Und je mehr du dich ins Negative denkst Ja, mit den Kavos Als wenn sie über meine Vergangenheit was herausfinden Desto schlimmer wird es Surprise Aber am Ende des Tages Der Staat hat, glaube ich, mehr als genug Bürger Die auch ihren Shit nicht zusammenbekommen Und wahrscheinlich genug Mahnbriefe im Briefkasten haben Und trotzdem funktioniert es ja irgendwie alles, ja Die Erde dreht sich immer weiter Aber Kopf fricken tut es trotzdem ohne Tügerweise Und was so der letzte Nagel im Sarg war Wenn du keine gute Balance im Leben hast Du wirst miserable Nicht unbedingt Burnout Depression Aber es fühlt sich nicht nach einem guten Leben an Oh, aufstehen um 11 Uhr erst Oh, bisschen hier schnipp-schnapp im Editing-Programm Okay, jetzt weiter Und die Bilder von alleine Nein, du brauchst Struktur Disziplin Routinen Ja, du brauchst auch noch so Social Context Sport Korinna-Kopf Der Klassikerspruch Du bist selbstständig Selbst Und ständig Danke, dass ihr meinem TED-Talk zugehört habt Ist halt nur leider true An sich kannst du nie aufhören, darüber nachzudenken An sich könntest du immer am PC sitzen Und irgendwas dir ausdenken Neue Themen heraussuchen Irgendwas schneiden Glückliches Leben? Vielleicht, wenn du so eine autistische Ader hast wie der hier Leistungsdruck Kreativer Burnout Dieser ganze Bürokratie Alltagsgeld-Shit Ja, und fehlende Balance Und das alles ohne Hilfe Beziehungsweise du musst alles alleine Ja, willkommen an dem Punkt Wo du nicht mehr funktionierst Hast du vielleicht schon was aufgenommen Sitzt am Programm Fetter Chunk an Drohaufnahme Wo du weißt Zwei, drei Tage dran sitzen Fast non-stop gefühlt dran schneiden Und dann ist es vermutlich fertig Und dann noch Titel und Pumpen ausdenken Wenn du das vorher nicht gemacht hast Und dann Fallen es hoffentlich die Leute Deine Arbeit tritt hoffentlich Früchte Und du bist nicht so washed-up Wie Simon aka ungespielt Mit seinem King-Kell-Rule Wer den ich hops genommen habe Mit meinem Fox Ja, 2-0 im Best of 3 Ja Giff, 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 giff So nice Generell will ich nochmal über Edgy YouTube ein Video machen Also warum es früher einige geile Creator in die Richtung gab Manche extremer als andere Und es heutzutage so ausgestorben ist Sowohl im deutschsprachigen Raum Aber auch international In Amerika In Spanien Ein großer Faktor war immer Dass es nicht langfristig geht Ohne komplett Mental Boom zu gehen Und ich kann für mich bestätigen Ist auf jeden Fall hart So ein Type of Content Und ein weiterer und schöner Nebeneffekt von allem Du enttäuschst natürlich auch viele Fans Besonders nachdem du nach Geld fragst Und meines Bloggers dich kritisieren Aber diese Thematik wurde bereits öfter aufgegriffen Es sagt Aber Knuspertoast Du darfst nicht aufgeben Als Mann musst du stark sein Und stärker werden Du musst einfach immer im Kopf haben Was sein könnte Wenn du dein Imperium aufgebaut hast Hallo Leute Kleiner 150.000 Views One-Taker 14 Minuten Video 14 Minuten Arbeit Sag ich ja immer Let's go Twitch Prime ist kostenlos Was? You Knusper Ich hab nur einen Song Der kommt anders gefährlich Diese Go's vom Finanzamt Vor mich ficken Nur weil ich nicht zah, yo Fehlst du mich ficken? Deutsche Bürokratie Fackt einfach nur ab, yo Lieber Türkei chill Mache Burgis Schaue Jojos Du bist wie big Ficko I'm nur vegan Burgis komm gefährlich Im Bandskampett Ich nur sicko Reaching mit mir Före in der Cave War nur ein Joke Kriegst du verflieh Gib mir die Klaue Es ist so viel Ab und zum Rettung Du möchtest und dir Leute wie dich Nehmen wir holen Rüte schüssen wir zu reißen Du bist ein Gold Du bist ein Gold Du bist ein Gold Das ist ein Gold Das ist ein Gold Mein Bobo Faden Der spricht you the facts Nicht nur Elf Oder nass oder lass Die happy wins Schrechtern im Muslim Bei den Girls Bin heftig drin Love in den Trends So wie Photoshop So wie Photoshop